Also, was denkst du, wie wird's schmecken? Scheiße. Scheiße gut? Oh, das glaub ich dir. Ich schaffe, das hasse. Und jetzt... Das wird Rache geben. Du hast Jacob auf diese Idee gebracht. Das wird so Rache geben. Also, na dann. Willkommen zum Schlachtfels, der Bestrafung. Wir haben hier, Johnny, eine richtig scharfe Pizza. Ein Stück, das etwas röter wird da. Ja, das da. Das haben wir extra nochmal. Mit der Feuerschärfe aus dem... Na, komm schon. Also, mit der Feuerschärfe aus dem Süden... Nee, Moment. Ja, egal. Auf jeden Fall ist das jetzt scheiße scharf, das Ganze. Das eine rote Stück ist sogar doppelt so scharf. Und nach... Also, wir haben hier einen kleinen Schluck Milch. Den hat er schon ins Glas gemacht. Und zwei Joghurts dafür verspeisen. Ja. Währenddessen. Und... Du darfst etwas von dem roten Zeug wegstreiken. Es sieht nämlich echt viel aus für ein Stück. Ja, du kannst den Löffel nehmen und ein bisschen mitkratzen. Danke. Aber es muss etwas draufbleiben. Ja, 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 ja. Die Papa kannst du mit essen, wenn du willst. Ist sie wenigstens würzig. Die Papa... Oh Gott, du tust mir so leid. Aber gut. Ja, Penjo, scheiße. Du tust mir echt leid, mein Freund. Also. Es war Justins... Also, es war ein bisschen meine Idee, aber Justin, der es ausführt. Ich würde sagen... Im Grunde müsste auch Justin sauer sein. Ich bin auch dich sauer, weil du ihn darauf gebracht hast. Aber er führt es aus. Er hätte auch sagen können, ich mach das nicht. Ich würde sagen, wir stoßen mit Pizza an. Aber dann krieg ich ein bisschen schärfer. Wie geil. Mehr mit. Ja, du kannst auch Cola. Johnny darf auch Cola haben, wenn er will. Aber das brennt nur noch mehr. Oh, ich hab sogar Käse drauf. Ach was. Warte, das muss man sehen. Bisschen zurück. So. Tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö. Tö-tö-tö. Tö-tö-tö-tö. 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 Tö-tö. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020